Hey GameWare, ich bin Martin Pemag und wir spielen wieder mal ein bisschen Hearthstone. Schon die Ewigkeit habe ich nicht mehr gespielt, weil die ganze Zeit das Rainbow Six-Strategie-Gugu-Gaga-Spiel spielen. Dort spielen wir ein bisschen speziell, diesen Hearthstone-Karten-Chaos. Wo man im Prinzip eine Karte, eine Portal-Karte hinbekommt und man kommt nicht irgendetwas übrig in den Diener. Ist doch recht interessant, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht gut. Jetzt sind 3-4 Jahre in den Spielen, etwa die Hälfte ohne. Na ja, schauen wir wo es ins geht. Ähm, das Schöne daran ist, es ist absolut Glück, es hat nicht viel mit Taktik zu tun. Wenn wir den Krieger nehmen, ist einfach der einzige Grund, ich habe ähm, ja super das ist ein Scheiss. Ja, zuerst, das ist echt ein Nachteil, ähm, ich habe noch die Quest offen, das würde ich niemals Krieger nehmen. Wahrscheinlich Magier nehmen, macht den meisten Sinn. So um den Karten-Karten-Chaos. Ja, der bringt mir nichts, er kann jetzt die erste Karte wahrscheinlich legen, ausser er kommt jetzt schon ein Legendär rüber. Könnt ihr mal lesen, fügt eure Hand einen Zufall in deinen Hinzu, diese kostet 3 weniger. Ist eben schon noch geil. Gut, du kannst auch sehr viel Scheissdreck davon kommen. Und er hat... nichts. Egal. Ah! Ah! Cool. Und er hat... Nichts. 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 Und der hat... Uuuuuh, er hat er ganz gut. Ne, und die... Ohohohohohohohohohoho. Ja gut. Seid! Ne, zuh. Fuck. Ass fühlt sich. ęd. Einen Name, der hat seinen Namen gestellt. Aber so ist er echt mühsam. Schauen wir mal was geht. Er ist aber nichts. Und er kann ihn bringen. Gebt Max zu den Archiven. Aber er ist noch cool. Oh, was bringt er? Oh, der tut auch weh. Oh, der tut auch weh. Die die auch ein bisschen weh. Oh. Oh. Oh, das war's. Oh, das war's nicht ... Oh, das war's nicht. Es wird so ausgeht. Nein, das war's nicht. Oh, das war's nicht. Ja, ich weiß nicht, alle... oh der hat das ist ja mühsam ich will was ich da für shit habe und da hier in der Müsse kommt irgendwelche Monsterscheice ich werde schon verloren vergiss es ist schon verloren vergiss der fang hat andere gegnern ah ich muss weniger Ich bin eh schon verloren. Nein, noch nicht ganz, aber nahezu. Nahezu habe ich verloren. Oh shit, komm. Gib noch mehr so Scheisse. Nicht wahr, Alter. Nicht wahr. Das sind solche Momente, in denen du nichts machen kannst. In denen der Gegner nur Schweine hat. Boah, fuck you. Durch diese Hore-Wixer. Look at that. So, give me that. Oh shit. Ich habe keine Aufmerksamkeit. Beg mir nicht. Beg mir nicht. Ich bin der Mark. Der B-Mac. Und wir spielen wieder mal ein bisschen Karten-Spiel. Wir spielen... ...Heartzone. Ja, nachdem ich relativ viel Rainbow Six habe gespielt. Es ist mal Zeit. Und wir spielen... ...es Portal-Karten-Kass. Diesmal sind die Meister Margaret Allerands zur Welt gegangen. Sie haben hunderte von Portalen geöffnet. Wähle einen Klasse und besiege einen Rival mit... ...eine Handvoll Zauber und eine ganze Menge Portalen. Also... Ich bin auch der Krieger, der eben noch die Quest offen hat. Der ist jetzt bei dieser Karten-Kass nicht wirklich so stark. Aber... Es ist eh eine verdammte Sache. Es ist verdammte Sache. Das heißt, wir spielen eine Karten-Kass nicht in der Lüge. So, na also, legen wir da mal los. Es ist immer so, wenn du ein Video machen willst, wenn irgendwelche Leute irgendetwas von dir hast. So, also, legen wir da los. Wir haben ganz viele Portale hier unten. Der Vorteil ist, dass er eine Münze als erstes ein Portal nehmen kann. Aber du hast kein Einer, Einer Portal. Das ist eigentlich der, der die Münze hat. Jetzt willst du nicht Karten-Chaos. Das ist kein Vorteil. Jetzt umso mehr. Dann bringt mir auch nichts. Denn ich werde wahrscheinlich nicht... Es sind alles Portale von diesem... Aber ich bringe nicht dasselbe. Ich habe gar keinen Diener in diesem Sinn. Ich glaube, da bin ich mit meinem Portal besser. Aber gut, wer weiss. Wer weiss es nie. Ehe... Uuuiuiuiui. Uuuuiuiuiui. Das ist so eine Karte, die du normalerweise nie ziehen hast, in der ATC. Wie viele Fritzy Kardir mit der Helmfähigkeit hat Zeitkosten nur. Ich bin leider kein Hexenmeister. Er hat mehr Freude an dieser Karte. Lothar weiß ich, sei nicht. Nein, ich habe keine Hexenmeisterung. hmm don't be okay Oh, okay. Hier ist es sehr wichtig, dass ich viel Bord-Control habe. Oh shit! Uiuiui, jetzt will ich es wissen. Uiui! Nicht schlecht, kein Specht. Gut gemacht. Hehehe, die Sonne ist heiß. Hier, komm. Da, da, tschüss. Das mache ich dann auch. Denk auch mal, was er bringt. Das könnte der Finisher sein. Gerätisch. Gerätisch. Er gibt es doch sehr sicher, auf jeden Fall. Ja, ist das der Win? Ist das der Win? Ist das der Win? Ja, und ich habe gewonnen. Gut gespielt. Das ist das Karten-Chaos. Oh Gott. Wenn wir noch einmal, dann kommen wir die noch einmal. Das verliere ich sicher. Aber so etwas ist das Karten-Chaos. Ich finde es noch lustig. Du kannst zwar nicht wirklich grossen Einfluss nehmen. Es kann die Huren veräbeln mit den Porta-Chaos. Aber ich finde es in einer Art noch lustig. Zumindest macht es Spass. Das ist mein Lieblings-Karten-Chaos auf jeden Fall. Uh, der ist auch geil, der Palti. Der ist wirklich geil. Und wenn z.B. eine super Karte auf dem Board hast, und er will es clear, dann... Ist das noch gräbig? Und, hast du einen? Nein, keinen? Habe ich eigentlich einen? Ah ja. Keine Waffe. Mach doch... Ist doch egal. Ist doch egal. Oh, von all diesen Dingen hat er... Ausgerechnet... Ja. Das fehlt mir ruhig weniger. Ok, warum machst du, warum bringst du den? Was hast du Sinn gesehen? Ja, das hat mir etwas gebracht. Jetzt muss er eigentlich fast anlaufen. Müsst er. Oder auch nicht. Ich bin ein Meister der Magie. Oh ja. Ich bin ein Meister. Lecker mehr. Ok. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich bin ein Meister. Ich bin ein Meister. Hier ist es. Ja, da haben wir einen. 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 Oh mein Gott. Er ist durstig. Es bleibt nur ein Häufchen Aschen. Seuer. Verzeih dich euch. Und sehen ob das funktioniert. Das war's. Was bringt dem, dass er eigentlich schrumpft hat? Verleiht einen Diener in diesen Zug. Das bringt. Ja, nichts, wodurch kannst du den Zug nachher schädere. Naja. Muss ich nicht. Muss ich nicht checken. Oder Spott. Das Licht scheint auf jeden Fall. Oh, ach. Fügt allen Diener. Ach, schade. Fügt allen Diener. Schaden zu. Ok. Gewonnen. Ist ja easy. Yeah. Ehrlich. Oben rechts könnt ihr das ganze abonnieren. Freut mich. Habt ihr da hier zugeschaut? Euer Marc. Euer B-Mac. Wheel. Ehrlich. Zim quantos an. Maik. Und nach Putz.